Leute, wir müssen alle etwas näher zusammenrücken, denn es wird immer enger auf der Welt. Die UNO hat ausgerechnet, dass im Jahr 2050 ungefähr 9,7 Milliarden Menschen auf unserem Planeten leben werden. 9,7 Milliarden. Und selbst da wird keiner dabei sein, der die SPD noch retten kann. Grund ist hauptsächlich, dass die Menschen immer älter werden. Ja, alle werden älter von Michael Wendlers Freundin, mal abgesehen. Die Welt ist bald voll, nur in einer Gegend wird es immer leerer. Die Einwohnerzahl in Ostdeutschland ist aktuell so gering wie zuletzt 1905. Alexander Gauland erinnert sich noch ganz genau. Und besonders Frauen wandern ab. Der Anteil an Männern ist im Osten so hoch wie in einem Billigflieger nach Thailand. Und was tun, um den Frauenanteil im Osten wieder zu steigern? Ich schlage vor, Frauen Sondereinsatzkommandos aus Schwaben dort ansiedeln, um Nachwuchs zu Zeugen. So. Und wenn das nicht hilft, dann weiß ich es auch nicht. In einem anderen Fall kommt wohl jede Hilfe zu spät. In Tschernobyl tummeln sich neuerdings, das ist kein Scheiß, Influencer und nutzen diese Geisterstadt für total geschmacklose Selfies. Und was sie da für Fotos machen, die haben ganz offensichtlich zu viel Strahlung abgekriegt. Hier zum Beispiel. Ja, die sitzt da einfach auf der Schaukel in Tschernobyl. Deswegen kann man so schön schaukeln. Ich wette, die kann nicht mal schaukeln. Radioaktiv, aber gehirnpassiv. Oder hier zum Beispiel, das ist auch sehr schön. Oh nein, ist da etwa der Strahlenanzug verrutscht. Och, Radioaktivität. Die macht mich immer so geil. Ich muss mich ausziehen. Das ist doch ein klassischer Fall von Kernschmelze im Kopf, oder? Was ist da los? Klar, Eiffelturm und Brandenburger Tor sind fucking lame. Aber so ein kontaminierter Freizeitpark, das ist geil. Fand er hier auch. Was ist los mit dir, Junge? Was packt er sich da so blöd an den Fuß? Pass mal auf, so setzt man die Eier in einer Extradosis-Strahlung aus. Aber Leute, ihr müsst nicht extra nach Tschernobyl reisen, um da Fotos zu machen. Es gibt jetzt exklusiv schon einen Insta-Filter Tschernobyl. Den haben wir mal auf den Typen draufgelegt. Atomkraft, nein danke. Und an dem, so wie der da steht, da sieht man übrigens ein sehr schönes Phänomen. Sehr gut. Männer müssen ja immer überall die Beine breit machen. Sie sitzen immer so breitbeinig. Man-Spreading heißt das. Und er freut sich nach wie vor größter Beliebtheit. Bei vielen Kerlen sind ja die Knie weiter auseinander als Weihnachten und Ostern. Und das führt zu Problemen. Zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln. Doch nun gibt es endlich Abhilfe. Es ist ein Ärgernis, das einem in öffentlichen Verkehrsmitteln immer wieder begegnet. Man will einfach in Ruhe sitzen und dann kommt jemand und verdirbt einem die ganze Fahrt. Doch damit ist nun Schluss. Denn ab sofort gibt es eindeutig gekennzeichnete Sitze. Sollten Sie ein Mann sein und sich nicht länger einschränken lassen wollen, suchen Sie einfach einen der extra für sie reservierten Men-Spreading-Sitze auf. Wenn der Sitz besetzt ist, so haben Sie natürlich das Recht, die dort sitzende Person zur unverzüglichen Räumung aufzufordern. Endlich ungestört Bus und Bahn fahren. Men-Spreading. Allzeit breit. Die Bahn hat jetzt eine künstliche Intelligenz entwickelt, die Reisenden helfen soll. Samy heißt die. Und Samy funktioniert exakt so gut, wie man es von der Deutschen Bahn erwartet. Wann fährt der nächste Zug nach München? Bitte. Wann fährt der nächste Zug nach München? Hallo, ausgefallen. Wir starten Sie gerade kurz einmal neu. Samy funktioniert so, Semi. Da kriegt ja die CSU eher die Maut durch, als dass Samy mal antwortet. Echten Bahnmitarbeitern eben einfach original, getreu nachempfunden. Das ist so ein bisschen, die reagiert so, wie wenn man mit einem Typen über Beziehungsfragen redet, oder? Du, sag mal, sollen wir nicht mal zusammenziehen? Bitte? Ob wir zusammenziehen sollen, habe ich gefragt. Ich habe schon gegessen, vielen Dank. Aber klar, Leute, das war natürlich nur der Vorführeffekt. Nach dem Neustart funktioniert Samy bestimmt perfekt, oder? Wann fährt der nächste Zug nach Hamburg? Wie bitte? Wann fährt der nächste Zug nach Hamburg? Der Intercity Express hat leider eine Verspätung von 50 Minuten. Das macht doch total aggro, oder? Wenn du vor dieser Puppe stehst. Aber die sieht eh aus wie so ein Punching Ball, oder? Ist auch geil, wenn ihr mal wieder zu viel Verspätung ansagt. Was hast du gesagt? Wie viele Minuten Verspätung? 50? Okay, eins, zwei, drei. Liebe Bahn, vielleicht schmeißt ihr das Ding einfach weg und seht erst mal zu, dass ihr funktionierendes WLAN in die Züge kriegt. Oder funktionierende Klimaanlagen. Oder funktionierendes irgendwas. Ich weiß!